Mittlerweile ist es Sommer und was gibt es Schöneres, als eine Runde mit dem Boot zu fahren? Für alle Kapitäne ist eine gute und verlässliche Versicherung natürlich Pflicht. Wie immer sollten Sie sich eine passende Versicherung suchen und die wichtigen Punkte fasse ich Ihnen zusammen. Suchen Sie sich einen Versicherer oder Makler, der sich wirklich mit der Materie ausgibt. Ihnen hilft kein Standardversicherer, denn im Schadenfall wollen Sie nicht bei Null anfangen und erklären, warum ein Boot im Wasser liegt. Ein wichtiger weiterer Punkt, den Sie schon aus meinen anderen Videos kennen, suchen Sie sich einen Anbieter mit aller Risikoschutz. Nur ein Versicherer, der kurz, strukturiert und übersichtlich einen Vertrag aufbaut, bringt im Schadenfall auch eine gute und schnelle Bearbeitung. Wichtige Punkte sind Neuwertentschädigung, also dass eine Reparatur auch von alten Teilen, die vom Schaden betroffen sind, bezahlt wird. Oder eine fixe Taxe für den Totalwert der Yacht, damit man nicht mit dem Versicherer im Schadenfall um den Wert diskutieren muss. Ein absoluter Spezialist der Bootsversicherung und Yachtversicherung, mit dem wir in diesem Bereich gerne und stark zusammenarbeiten, ist Pantainius. Und was sind die Elemente, die man benötigt? Jedenfalls eine Yacht-Haftpflichtversicherung, um Schäden zu decken, die man an anderen Tritten verursacht. Und natürlich sehr ratsam ist die Kaskoversicherung des eigenen Bootes. Also eigene Schäden, die auftreten, wenn man an den Steg rumst oder irgendwo aufläuft. Oder Wind im Hafen, das eigene Boot an ein anderes schlägt. Also wo immer Sie unterwegs sind, Binnen oder offene See, wir wünschen gute Fahrt mit einer guten Versicherung. Danke fürs Dabeisein, ich freue mich aufs nächste Mal.